Das ENGE System ermöglicht es, durch die Kombination von Ultraschalldoppler und pneumatischen Manschetten Dopplerdruckmessungen mit bis zu 16 Messspuren durchzuführen. Hierzu werden Kompressionsmanschetten an allen Extremitäten angebracht. Sobald das gewünschte Gefäß erfasst wurde, kann der Untersucher den Staudruck mit einem einfachen Mausklick applizieren. Das System reduziert nun kontinuierlich den Druck in der Manschette. Sobald die ersten Oszillationen zu hören sind, kann der entsprechende Druck mit einem weiteren Mausklick markiert werden. Die Dopplerindizes werden im Anschluss in einem Gesamtreport übersichtlich dargestellt. Das System schafft aber Staudk und reignelle aus dem Anarchie von Ultraschalldoppler.